Jeans sind einfach angesagt. Und Jeans gehen immer, egal zu welcher Jahreszeit. Es gibt sie in verschiedenen Längen, Designs und Schnitten. Doch welcher Denim-Style ist noch angesagt und welche Jeans sollte man getrost aussortieren? Destroit-Jeans sind leider wieder total out. Klar, einen kleinen Used-Look darf die Jeans noch haben. Voll im Trend ist der offene Saum. Doch jene Jeans, die über das ganze Bein hinweg zerrissen sind, kann man getrost aus dem Kleiderschrank verbannen. Ja, die 80er feiern gerade ein Comeback, doch das gilt nicht für die Jeans. Die Acid-Washed-Jeans, die mit Chlor gewaschen oder durch mit spezieller Säure versetzten Bims-Steine entfärbt wird, bleibt in dieser Saison besser im Kasten oder wandert direkt in den Kleidersack. Die eng anliegende Jack-Ins ist eine Mischung aus Jeans und Leggings. Auch sie wird spätestens bis jetzt endgültig aussortiert. Ja, sie ist super bequem, dennoch geht es einfach nicht mehr. Lieber zur alten Skinny-Jeans zurückgreifen.